Will ich denn? Ja, grüß dich. Ich auch. Hättet mich mal am Lehrer-Pult sitzen. Das hat mir immer gewünscht. Also ich sehe in der heutigen Zeit, wenn ich meine Freunde, mit meinen Freunden mir erzähle, die heute Lehrer sind, das ist nicht überraschend. Und damals, wo haben Sie damals immer gesessen? Wir haben so eh schön erzählt. Zu Anfang ganz vorne, wegen dem Alphabet, und dann weiter hinten, weil ich öfters störte. Die hatten allerdings auch Männchen und Frauen in einem Raum. Und gerade auch zwei Klassen in einem Raum. Aber die Frauen rechts oder links, und wie war das getrennt? Das ging teilweise durcheinander. Tatsächlich? Haben Sie auch immer neben einem Mädel gesessen? Ja, es wurde sogar als Strafe angeboten. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, sitzt du neben einem Mädchen. Ja, und das habe ich genossen. Das war nicht schlecht. Was hier, glaube ich, noch zu kurz gekommen ist, unsere Schule war rein Lutherisch. Es gab keine Katholik ein. Ganz sondern war Lutherisch. Bis auf ein, zwei Ausnahmen. Okay, super. Dankeschön. Okay, bitte. Bitte. Beide. Beide.